hoppala aufregend besonders aufregend finde ich dass ich jetzt mein eigenes unternehmen gegründet habe kronengras ich bin platz 1.291.852 jetzt müsste ich mich ja auch finden ach das heißt ja kronengras vergiss es vergiss es vergiss es vergiss es kronengras such danach ja einer von zwölf also falls ihr interesse habt ich habe ein unternehmen gegründet gut ok 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 ist gleich fertig ich hoffe dann kriege ich mal wieder so ein bisschen flow da drin da rein dass ich das hier gleich so ein paar sachen weg senden kann und nicht erst wieder drei stunden warten muss das wäre ärgerlich ich habe einen meilenstein erreicht mensch das freut mich aber jetzt brauche ich sourdiesel arsch viel mann leute lasst mich doch in ruhe mit eurer scheiße ok ja die kekse dauern auch wieder extrem lange das hätte ich eigentlich kaum sehen müssen aber story läuft im grunde das heißt ich kann mich weiter weiter hier rum kümmern ich weiß auch nicht irgendwie wünschte ich mir gerade ich hatte viel mehr dünger viel viel mehr kann ich hier noch irgendwelche missionen erfüllen mit irgendwem ich habe keinen bock mehr gleich ich habe keinen bock mehr gleich aber ich glaube nach den sieben minuten geht es wirklich schneller ich glaube schon den fall kann ich in 18 minuten eine lampe in auftrag geben in meinem ersten gewächshaus ich fange bestimmt hier unten in der ecke an ich weiß noch nicht so genau oder da oben ich weiß noch nicht so genau Ich guck gerade mal, ob ich vielleicht zufällig irgendwo epische Hindukuschblüten kaufen kann. Ich weiß, dass ich die auch selber hinkriege, aber ich denke mir gerade, Mensch, wenn ich die jetzt finden würde, dann würde ich doch schon ein bisschen Zeit sparen. Jetzt zum Beispiel, aber ich weiß nicht, ob das eine epische Blüte war. Äh, nobody knows. Bam, Junge. Den kann ich gerade richtig gut gebrauchen, aber Brownies kann ich noch nicht, also weg damit. Hm. Ja gut, das geht langsam voran. Also wenn ich Sachen auf dem Weltmarkt kaufe oder verkaufe, dann kriege ich auch Punkte. Jetzt wäre doch mal eine Überlegung wert, zu gucken, was ich brauche. Ich brauche Bodenplatten. Also Fußbodenkacheln. Ja, brauche ich auch hier. Huch. In 22 Sekunden lädt es neu. So lange warten wir noch. Also ich brauche Kacheln. Ich brauche diese Boxen. Und Zement und Nägel. Zement, Nägel, Plastikboxen. Und Fußbodenkacheln. Ah, nein. 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 Waren das nicht auch Ziegelsteine, die mir fehlen? Eine Bäckerei zum Beispiel. Ne, Ziegelsteine habe ich. Zement, Nägel. Habe ich jetzt irgendwo Nägel übersehen? Traue ich mir nämlich zu. Ne. Gut. Hier hat es welche gegeben, aber 5 hätte ich mir bestimmt nicht leisten können. Gut, wir haben es versucht. Gucke ich später nochmal rein. Okay, jetzt wird es spannend. Noch 2 Minuten. Und dann geht es schneller. Glaube ich. Glaube ich. Vor allem das Tolle ist, hätte ich die Aufgabe schnell gemacht, ne, hätte ich ein Regal gekriegt. Und gleich habe ich da auch mehr Platz drin. Weil. Das wird toll. Ja, davon bin ich überzeugt. Ja, davon bin ich. 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 Ja, davon bin ich.